Kapitel 12 Draco, aufstehen, Mann! Mit diesen Worten wurde er sanft aus dem Schlaf geweckt. Er hatte endlich mal eine traumlose Nacht gehabt. Und dann wurde er... geweckt? Er blinzelte und öffnete verschlafen seine Augen. Ein wenig. Doch das war schon zu viel. Es war einfach zu hell. Er schloss sie so gleich wieder und drehte sich auf die andere Seite. Ach, Draco, komm schon. Wir wollten doch zusammen frühstücken. Halt die Fresse, Blaze, und geh alleine zu deinem verfluchten Frühstück, murmelte er in seine Decke hinein. Diese hatte er in der Zwischenzeit über den Kopf gezogen, da die Stimme seines Kumpels einfach zu laut war. Blaze würde es sich nicht trauen, ihm diese wegzuziehen. Er wusste genau, was sein Freund für ein Morgenmuffel war und was passierte, wenn er schlecht in den Tag startete. Doch Blaze gab einfach keine Ruhe. Draco wusste, er würde nicht gehen, bevor er nicht aufstand. Aber warum sollte er nachgeben? Sie waren einfach beide zu stur. Also gab er sich einen Ruck und fragte, beziehungsweise krummelte. Wie spät ist's denn? Halb neun, ich hab dich extra lange schlafen lassen. Halb neun? Oder wächst du mich? Krummelte er weiter, drehte sich jedoch wieder in Blaze-Richtung. Also kommst du jetzt? Wirst du jemals Ruhe geben? Nein. Na schön, gib mir ne Viertelstunde. Geht doch. Draco stand auf und gehnte laut, während er sich streckte. Er ging mit einem grimmigen Gesicht zu seiner Kommode, die sich an der Wand neben seinem Bett befand, und zog sich Sachen heraus. Zum Glück hatte er diese schon gestern ausgepackt. Hätte er jetzt auch noch in seinem Koffer wühlen müssen, bei Salazar, dann würde er für nichts garantieren. Er lief zur Badezimmertür, welche sich zwischen seinem und Blaze-Bett befand. Verflucht sollte dieser Slytherin mit seiner guten Laune am Morgen sein. Nach ungefähr 15 Minuten, in denen er duschte und sich fertig machte, kam er wieder heraus und fand einen ziemlich genervten Blaze vor. Können wir jetzt endlich? Ich hab nämlich tierischen Hunger, sagte der Slytherin und ging schon zur Tür, ohne auf eine Antwort seitens Draco zu warten. Hättest du ja auch ohne mich gehen können, brummte dieser vor sich hin. Sie liefen durch den Gemeinschaftsraum bis hin zum Eingang, der in die Slytherin-Räume führte. Die beiden schritten durch die Kerker bis zur Treppe, die hoch ins Erdgeschoss führte. Sie hatten Glück als Slytherins, denn ihr Weg zur großen Halle war nicht so weit wie der der anderen Schüler. Wie der der Gryffindors zum Beispiel. Er fragte sich, wo so jemand wie Granger die ganze Ausdauer her hatte. Und schon wieder spukte die Braunhaarige in seinem Kopf herum. Das musste aufhören. Den ganzen letzten Abend hatte er damit verbracht, über sie und ihr Verhalten nachzudenken. Zum einen war sie die starke, mutige Granger, die ihm die Stirn bot und sich nicht von ihm unterkriegen ließ. Dann war da die unglaublich wütende und zornige Granger, die er ja schon kannte und ziemlich amüsant fand. Dann gab es auch noch die Granger, die von McLagan wegrannte. Was er verstehen konnte, aber nicht, warum sie ihn aushielt und sogar mit ihm ein Abteil teilte. Aber vor dem Vollspacken flüchtete. Flüchten, das passte einfach nicht zu ihr. Jedoch war da auch die traurige Granger, die sogar nur beim Erwähnen von Seth losheulen musste. Nur weil er tot war. Er hat zugegeben, als er erfuhr, dass sein Patenonkel gestorben war, war er auch schockiert und traurig gewesen, denn er mochte ihn wirklich. Aber Seth war nie auch nur in irgendeiner Weise nett zu ihr gewesen. Ganz im Gegenteil. Aber das ist nicht das Thema. Denn was ihn im Moment am meisten interessierte, war die geheimnisvolle Granger und ihre Verletzung. Da war mehr. Und auf jeden Fall kam diese nicht vom Sägen. Sie war eine schlechte Lügnerin. Mittlerweile waren sie am Slytherin-Tisch in der großen Halle angekommen. Er setzte sich neben Blaze. Es standen schon jede Menge Speisen auf dem Tisch, sowohl herzhaft als auch süß. Eins musste man Hogwarts lassen. Das Essen war wirklich bezaubernd. Er nahm sich Spiegel ein mit Bacon und setzte beides auf ein Toast. Dazu noch Baked Beans und einen Kaffee. Er liebte diese Kombination. Es war so typisch England. Blaze hingegen zog eher ein süßes Frühstück vor, weswegen er zu den Pancakes mit Ahornsirup griff und dazu noch Blaubeeren aß. Es gab so viel Auswahl. Er ließ seinen Blick durch die große Halle wandern, während er sein Essen verzehrte und blieb am Gryffindor-Tisch hängen. Was sollte es auch anders sein? dachte er spöttisch. Er sah unauffällig zu Granger, die gerade über ihrem Buch hing. Wortwörtlich, denn es sah so aus, als wäre sie darauf eingeschlafen. Das konnte er erkennen, da sie mit dem Gesicht zu ihm saß und ungefähr auf der gleichen Höhe wie er. Während er das bemerkte, fing er an zu grinsen. Also war Granger anscheinend auch kein Morgenmensch. Er beobachtete sie weiter. Plötzlich erschien Longbottom und setzte sich neben sie. Er tippte ihr auf die Schulter. Sie schreckte sofort hoch, griff nach ihrem Zauberstab und hielt ihn sogleich an die Kehle des wandelnden Misserfolgs. Draco fing an, leise zu lachen. Longbottom erschrak jedoch sofort nach Grangers Reaktion und blickte zwischen ihren Augen und ihrem Stab hin und her. Anscheinend hatte sie jetzt langsam das Geschehen realisiert, denn ihr verwirrtes und verschlafenes Gesicht wandelte sich um zu einem Entschuldigenden. Sie redete auf ihn ein, wahrscheinlich um sich zu entschuldigen. Draco erkannte an ihrem Gesicht, dass sie sehr wenig geschlafen hatte. Granger war schon merkwürdig. Doch jetzt hatte er sich wirklich schon viel zu viele Gedanken über sie gemacht und sie sogar beobachtet. Es war genug. Er wandte sich wieder seinem Essen zu. Granger ist schon eine Nummer für sich, sagte Blaze neben ihm belustigt und schaute immer noch zu ihr. Ja, das kann man wohl sagen. Er wollte nicht schon wieder über sie reden, geschweige denn denken. Das hatte er die letzten Stunden schon viel zu oft getan. Ich meine, hast du ihre Reaktion gesehen? So als wären wir noch immer im Krieg. Ist wahrscheinlich noch so drin bei ihr. Sie waren ja ziemlich lange auf der Flucht. Oder was meinst du, Dre? Kann schon sein. Mehr wollte er nicht sagen. Er hatte jedoch dieselbe Vermutung wie Blaze. Schließlich wusste er genau, dass man sehr wachsam auf der Flucht sein sollte. Denn ansonsten würde man geschnappt werden. So wie das goldene Trio einmal. Er erinnerte sich noch bestens an den Tag, als plötzlich Greifer zu ihnen ins Mainhof wollten und meinten, sie hätten Potter. Nein, er würde jetzt nicht schon wieder daran denken. Es war Vergangenheit und schlussendlich war alles gut ausgegangen. Jedenfalls im Großen und Ganzen. Irgendwie.